die wollen mich doch die wollen mich doch komplett verarschen oder der stream das fängt jetzt erst an ja ich bin jetzt ja mach was du denkst es ist wurscht aber sein er kann es machen ja oh mein gott kabel hängt kabel hängt kabel hängt eine fassade man ist kabel alter was will das von mir ich muss das gleich ich habe noch nicht hallo gesagt aber jugendlich wenn jemand zu mir hallo sagt sagt ja auch ich bin ich ehrenlos bin ich ehrenlos aber geil ja der controller alter ein einzigste vibration viel zu viel vibration für mich hier so moin leute herzlich willkommen zu diesem stream ich hoffe der gefällt euch das war die schnellste anmoderation die ich je gemacht habe niemand musste neun account machen ich habe meinen titel genannt fn mit lars meine heiß heißt aber ich habe auf die zunge gebissen meine heiß vor allem mit cool unterstrich ben unterstrich power in klammern fail round ich schick dir das per whatsapp da kannst du es dir rauskupieren ich kann dir auch gleich einen link schicken zu meinem stream du idiot ne das ist lange weile ne weil wir ständig gestorben sind ich habe den neuen planning geschickt hier ist meiner ja ding 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 Junge mach bereit bin ich nein mach mal breit hier diese scheiße stellt dich das ich kann gar nicht über links streamen man kann ich das ändern mein name dein anmeldename kann ich innerhalb von 30 tagen du kannst nach dem 12 september 23 wieder ändern auch man mein spitzname kann ich am 19 november ändern ich weiß der nachname dann ist nah sie macht blasi oder blasi blasi an mir schauen zwei leute zu perfekt für wo bist du rein ach so du stehst warum kann man dann schießen ist das überhaupt zum meditieren da oder ist das zum kacken von deiner mutter da weil ich keine ahnung was wir hier machen sollen du oben ich unten ja 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 Ich hab' ganzes Magazin auf dich geschossen. Wie viel Leben hast du noch? Ich stirb' dich. Ich hab' noch 100 grün und 600. Ich hab' noch 100. Äh, 360 grad. Woppa. Ich hab' meinen, dass ich hier absolut bespunten bin. Wie bist du? In 360 grad bei dir. Also gegenüber von dir. Kann man mal sagen. Ja. Also da musst du hin. Ja. Hier ist 360 grad. Ja. 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 Das hätte mir vorhin geholfen, ne? Wo da jemand die ganze Zeit rumgejumpet hat. Aber ich treffe jeden Bot immer. Okay. Krass. Wenn ich sage, dann verkacke ich. Ja, ha. Ich höre doch auf. Da muss ich doch aber auch aufhören hier. Übertrieben hast du es nicht, oder? Das ist aber fisch. Jetzt hier, äh, eins gegen eins, oder was? Nein. Digger. Ich baue. Sidejumps nach oben, Alter. Kannst du auch so bauen, Lüsch? Ja, was? Nee. Was kannst du? Nee, brauche ich nicht. Kannst du so bauen, Lüsch? Nee, ich glaube nicht. So würde ich ihn so gucken. Er auf! Moin. Runterschieße. Ich hab dich gar nicht runtergeschossen, Mann. Nee. Ich hab's auf Aufnahme. Ich hab's auf Aufnahme. Ich hab's auf Aufnahme. Halt's Maul. Ich hab's auf Aufnahme. Das ist langweilig, die Map. Du bist langweilig. Weißt du? Ich muss eigentlich... Ja, okay, na. Ja, okay, na. Bist du Lobby gegangen? Ja, wieso? Ich komme auch gleich. Lass du spielen, Mann. Macht mehr Spaß. Im Stream. Okay, ich verliere meine Krone dann. Ja, Krone, Alter, ist eh langweilig. Das bringt dir doch Ende des Season gar nichts. Ich fühl's gut. Na, 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 na. Warte, warte. Hä? Ah, hier. Machen Sie bereit, machen Sie bereit. Ach so. Nee, 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 nee. Also, ich hab das Kopfschlecken. Ich hab's gekletzt Cheers. Oh my. Ich hab's nicht reified. Na, na, na. Oh. Nein, na na. Ich hab's nicht reisert. Ich habe einfach ein Feuer erloschen, während ich das einfach an meinem Glasrand gedreht habe. Du wirst gleich vom Trich gebannt. Ja, ist doch egal, Klipp am Rand oder nicht, ne? Ja, okay. Okay. Tomato Temple, Alter. Da. Tomato, sorry. Tomato. Digger, wie tot. Es sind nur zwei. Eie. 3, 4, 5, 8, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Ja, ich hab hier auch noch eine. Brauchst du die? Hier, hier. Ja, na basta, wo bist du? Wo bist du? Ja, hab einen. Ey, der Bastard, Alter. Ich hab dreimal die gleiche Waffe. Ja, was machst du? Hier ist eine für mich. Pass auf, hier sprengt die damit wildkürlich irgendwelche Sachen. Ich? Digga. Vielleicht? Meinst du Müt? Ja, wenn du... Ich hab mir Müt gegossen. Ja, ja. Drei Stück. Um's zu verwenden. Leute, ich bin gerade ohne die ab. Ist da ne Kiste? Mann, ich seh die Kisten, wenn ich's so find. So, wenn sie meiner Nähe sind, zumindest. Ja, hab ne Kiste gefunden. Ja, ne? Siehst du auf deinem Bild her. Ja. So, wenn sie meiner Nähe sind, zumindest nicht. Ja, du Idiot. Richtig unnötig, Alter. Nee, überhaupt gar nicht, ne? Kannst du mit... Kannst du mir die, ähm, Dings geben, für die eine Waffe da? Was soll ich dir geben? Ne, diese, für diese Waffe da, für die, ähm, Pistole da, die du zurückgelassen hast. Munition brauche ich dafür. Ach, diese eine, oder? Ja. Wie sieht die Munde aus? Keine Ahnung. Sniper, glaube ich, ist das. Ja, das ist die Sniper-Munik. Habe ich dir auch eine andere Munde geben? Nein. Hast du nichts. Weißt du? Da war ich halt nie in der Nähe, ne? Ey, kann ich dann die Graue haben? Ja, und hier. Hatsch auch nicht. Hm, hm. Nein. Ich will nur noch den Risper. Komm mit. Ich gehe jetzt auf Entkundungstour. Hui. Warte mal. Ich brauche Heilung. What the fuck. Ich brauche Heilung, egal. Ich brauche Heilung. Ich glaube, ich höre eine. Ich glaube, ich höre eine. Ja, ich sehe sie. Sie ist da. Warte. Ich habe sie eh abgedrückt. Was? Ist da eine Heilung drin? Ich bin nur an das anders tun gegangen, ne? Ach so, ich habe eine bessere. Also hast du eine Tram. Ja, aber die mag ich nicht. Ich mag die auch. Rate mal, welche meine Lieblingskampf ist in dieser Siedel. Keine Ahnung. Es gibt so viele. Die Pumpkin oder die Tag? Ich glaube, Tag. Ne, Pumpkin. Eigentlich beide, weil Tag macht gute Headshots, äh, Headshotsschaden. Und mit der hier spiele ich einfach besser. Also mit der Pumpkin. Pompi. Ja, Pumpkin. Deswegen nehme ich ja auch die Hurensohn, Lars. Die macht dir keinen Schaden, aber mir. Und deswegen bin ich auch schnell weg. Digga, warum nimmst du das ohne mich? Digga. Dann noch aufhören. Nein. Ach, Digga. Ich flieg schon mal Richtung Sound, ne? Ich bin, ich bin dort, ne? Hörst du mich raus? Ich bin dort. Und wie weit entfernt bin ich von dir? 50 Meter. Scheiße, hier kommt jemand mit dem Flugzeug, alter. Das stimmt nicht, das war echt gut. Oha, ne, tatsächlich. Ich sehe die Markierung, aber mit meinem Denken. Oha! Was wird das denn markiert? Mit das, mit dem Sniper, also mit diesem Gewehr hier, was ich genahnt habe. Alter. War krass, oder? Ach, nein. Da, da ist ein Busch drauf. Ich nicht. Und, die sind rausgesprungen. Sind die rausgesprungen, oder was? Ja, die sind raus. Komm, lass die holen gehen. Da, 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 da. Da lag einer. Goldene Skardis. Du hast eine goldene Skardis? Ja. Geh mal rüber. Nee. Ich karte, du Opper. Tschüss, Lars. Digga, im Moment können wir doch eh zu so'n Latschen, ne? Oder wollen wir unbedingt Flugzeug nehmen? Wo ist das Lustig? Weiß ich nicht. Ich hab's kaputt geschaut, wie du siehst. Also, ich hab nur für die Schaden gemacht. Flieg mal schön da oben. Ah, flieg mal schön da oben. B, du verreckst an Falschhagen, ganz ehrlich. Oh, bin tot. Ich hab's Flugzeug gewunden. Äh, wo? Wer da? Ich hab ne Kiste gefunden. Ah, das hat kein Treibstoff. Deswegen sind die abgestürzt. Äh. Ja, weil da keine Munition mehr drin war. Äh. Ich geh da hin. Au, 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 au. Ich geh mal hin. Und da hinten, Laser, auf der Kopf. Äh, ich geh da hin. Pass bloß auf, ne? Er läuft da. Ja, er läuft da weg. Komm mal, du. Wo ist der hin? Nö, ich nicht. Glück gehabt, der ist safe im Haus. Ich hab Steps gehört. Gesehen. Hier. Im Haus. Da sind bestimmt Tiere dran. Ja, hast neue Ballons. Hab ich. Einmal das halbe Haus durchlöchert, alter. Okay, da ist er nicht drin. Hier sind noch mehr Ballons, alter. Ja, die hab ich da liegen lassen. Das sind nur noch vier. Hey, hier ist noch irgendwo eine Kiste. Aber wo? Unter der Treppe? Ja, bei mir ist eine Kiste. Ja, bei mir auch. Oh, du sohn. Oh, Gott. Bei mir auch. Hier gibt's kein Auto. Ich komme auch nicht raus aus der Tonne. Liegt genau hinter dir. Lass uns mal gleich weiter latschen, ne? Mhm. Aber versuchen mal Heal ranzuholen, alter. Nee, bin dran. War so klar, alter. Und wo? Seite. Da. Busch, musst du aufpassen. Hier ist ein Busch bei dir. Ich hab' ich da kapiert. Nee, schaffst du. Nein. Ich hab' ich... Ja. Du fliezen, alter. Hm. Ich hab' keinen Bock, ne? Ich schmelze die. Beleidige, ne? Warum? Ich hab' ihn gemeldet. Ja. Ich hab' ihn gemeldet. Ich hab' ihn gemeldet. Ich hab' ihn gemeldet. Hey, den könnte ich mir so gekauften. Ich hab' ihn gemeldet. Aber kaufe ich ihn nicht. Tut's sie. Meinst du, wenn ich mich nicht mitgeheuert habe? Nee. Gute Laune Gang. dann für mich aber für den nächsten erhalte 20 konto level okay wie erhält man konto level jetzt habe ich markiert noch eine letzte runde noch eine letzte runde da muss ich anderes mein disco war anders dort wollen kann ich bleiben aber spielen tue ich dann nichts eigentlich wollte ich schon seit zwei wochen erledigt haben led also ich möchte ab erst ich möchte ab ersten 24 2024 komplett neuen youtube kanal machen und alles dazu muss ich halt jetzt schon damit anfangen weil wir fast gute mit mitte november haben oder so und das halt eine zeit braucht habe ich erst gelernt lernen dürfen dass es extrem viel zeit braucht bitte weil mir sonst langweilig ist und weil ich meinen alten das server kein bock mehr drauf habe naja bock habe ich schon aber ich muss halt wenn ich einen neuen youtube kanal machen muss ich halt auch bedenken also alt ist er nicht ich habe den halt komplett neu anpassen müssen und alles das ist ein bisschen langweilig deswegen muss ich halt ja warte mal ich muss gucken ob der disco ich muss gucken ob der discord link funktioniert also mal gucken was das für ein discord list ist ähm Lars ja wenn der discord server von dir funktioniert dann lade ich mir wieder discord herunter könntest du mich dann auch bei deinem ding als ein f-man machen ja ok soll ich mir discord herunter nehmen kannst du machen ne warte ich mach das nicht aber ich weiß halt deine ahnung ist dein discord server denn schon fertig ne fertig ist er noch nicht ne ich hab den kommt drauf an was ich also ich muss die ganzen rollen wieder machen warte ich kann leute einladen kann ich dich auch mal einladen auf dem alten account auf den account halt ähm du kannst mich auch beim alten ding ähm machen ähm wenn da noch leute drin sind ja da ist halt nur als alon drin und ich noch mal weg und warte ich kicke mal alon das merkt der eh nicht wenn der weg ist ähm dann dann heißt das wieder server einstellungen mit hochladen ja ja ne das war nicht das bild das war das bild an anwenden ähm scheiße wie heißt nochmal der youtube man ich hab den youtube kanal dreimal geändert ich hab keine ahnung achso ja brö ähm ja speisern rollen passt so ich muss auf den server gehen und dann hier oder nee server einstellungen ah hier server laschen scheiße wie man ich kann meinen benutzernamen nicht schreiben beziehungsweise kann ich schon aber der ist noch falsch bin wieder da ja so strg und natürlich in welche farbe gehst du ähm welche farbe gibts denn rot und blau äh ich nehm blau ne spaß ich geh rot ich geh rot lava return to lobby scheißegal ist doch scheißegal ich brauch das grüne ding hinter dir muss das näher ran droppen ich brauch die karte neben dir hinter dir ich komm nach nemer da AHHH HEILEGESSEILE scheiße leider ich konnte meine auch sammeln was geht also warte du musst noch mal machen es ist ein fahrstuhl dann musst du den noch mal runter lassen hallo nein jetzt 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 ist er runter jetzt geht er runter haben wir noch unten lassen 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 man er war gerade unten ich bin fast gestorben hier jetzt ganz hoch jetzt mal hoch man gott man gott ja aber mein weißes pad ist oben bestimmt nein ich bin doch unten soll jetzt lass so jetzt ich stehe nur drauf du bist auch nicht gefahren hätte jetzt runter bist du drauf fährst du hoch hast du dann auch ein kohl stage 4 das muss ich machen ich habe eine pistole bekommen du musst bei mir ein bücherregal abschießen ich muss mir das abschießen danke hat es ja anscheinend hat es funktioniert ja was muss ich jetzt machen du musst den weg durch die decke suchen bei dir ist ja in der decke drin da musst du da diesen 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 in der decke drinnen hab ich ok dann geh weiter jetzt wenn wir hier reinkommen wenn wir hier reinkommen ja da heilige schmutter maria ich bin hier der scheiß helder ja da ja da müssen alle waffen oh ich bin tot ja nein ja ja ach so deswegen habe ich die waffen gekriegen ja buch ich bin nur für die stadt immer hier gefühlt alles alleine hallo ich kann den boss nicht kann die letzten weil du interessanter bist ein jetpack ich habe das level gespielt aber ich weiß nicht mehr so krank ich bin wieder durchs loch gefallen ich auch und jetzt also schätze mal alles weg also was soll ich hier machen? ich hab ne Kanate ja ich hab ich muss den Ring da oben treffen ja 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 Digga das ist doch ein Scheißdreck ich hab mit dem Ding Mann ja Digga ich komm nicht nach oben Digga Alter halt auf jetzt Mann ich komm nie nach oben mach doch jetzt sehr mühsam äh äh Digga wie soll ich das Digga jetzt höll aber auf Mann ich schaue das nicht Digga das Ding zieht mich nach oben Alter Könner auf jetzt packt voll ab alter Krühe das Ding zieht mich nach oben ich habe das weg geschnitten die HGo Digga jetzt hör' Mal auf Alter Du musst meine Antriebe Ich fühl mich du hast ne röwe und ich hab wieder... Ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts außer meine Handy. Ich hab nichts mehr von dir. Ich auch nicht. Hä? Soll ich durch die Skitter nicht kommen? Digga, du kleiner Bastard. Kleiner Bastard, Alter. Mann, jetzt bin ich rausgesprungen wegen dir. Ah! Alter! Hör auf! Das ist nicht... Jaha! Hör auf, das ist nicht witzig. Aber wenn du das zu oft machst, irgendwann, dann schränke ich mich auch nicht. Ich hab... Nee, jetzt... Nein, ich schaff das nicht mehr wegen dir. Ah, ich bin durchs Loch. Digga... Ich krieg mich das vor allem gar nicht. Mann, was soll ich hier machen? Mann, was soll ich hier machen? Warte mal, ich hab ne wichtige Nachricht gekriegt. Hm, und was ist das für die Nachricht? Ich hab ne wichtige Nachricht. Warte. Die Nachricht, dass du stehst? Ja. Die ist wirklich sehr wichtig. Warte. Hups. Guck! Warte. Ja, ich drauf ehrlich was. Mach jetzt das Level weiter. Digga, was soll ich hier machen? Ach so, ich muss die Fettbeilbranate mitnehmen. Ach, da muss ich rein. mann ich weiß nicht was ich machen soll ja was soll ich hier machen du musst shockwave granate mir rüber schmeißen oder so doch weil ich komme nicht ja bei mir weil ich stecke hier unten fest die röhre dann haben wir übels verkackt ich habe nicht hingeguckt ich habe nur das geräusch gefunden und das geräusch hat mich erschreckt so langweilig finde ich weiß nicht wie ich hier hochkommen soll man bände ich komme nicht hier hoch ja blau ist nicht einfach aber nur blau ist nur einfach wenn du ein ähm ein gehirn hast was du nicht hast und wenn du ein ähm mit der bombastik ach digga ist es schon wieder so scheiße komm lobby alter ja bin ich ja ich stecke hier in dem map ding fest muss ach ich geh gleich groß du gehst mann ich stecke hier fest ja mit deinem schwanz im loch ist ja tief dünner oha ich kann ich komme zu dir vor im blauen digga ich muss warte kurz ich muss spielen nochmal neu starten da bin ich wieder warte kurz ich kann warte kurz ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, was ist los, Ben? Ja. Ja, was ist los, Ben? Was? Ja, es login vorlädt. Ey, krack, kein deutsch gesprungen, ich weiß. Ja. Ey, krack, kein deutsch gesprungen, ich weiß. Es lädt. So, bin wieder da, guck. Bin wieder da. Flasie. Flasie. Servus. Mach mal Blasie. Zeig dir gleich mal Blasie, ne? Wie? Ja, komm, reine. Ja, dieses Streichholz, Alter, ist so hell. Wieso machst du es auch an? Wenn ich es eine andere Kerze anzünden wollte. Streichhölzer erst gekauft habe, ne? Oh mein Gott, ich bin so dumm. Bin so dumm. Warum? Scheiße, jetzt fackelt das hier drin ab. Digga, was hast du da geräubst, Alter? Digga, fackelt hier alles ab, Alter. Digga, was hast du da geräubst, Alter? Ich muss da... Digga, das ist so heiß, aber ich muss das rausholen. Heiß. Ah, ist das heiß, Mann. Ich bin versteckt, kannst du versuchen. Ich seh deinen Namen, du Idiot. Oha, halt dein Maul. Oha, wie ein Mixer. Oha, perfekt. Ich mag das Team Rot nicht, aber bei dir... ich bin so gut verkackst, also... Ey, du... Ey, du wichser! Ey, du wichser! Digga, lass es runter. Komm jetzt! Fack doch nicht ab, ganz ehrlich, Alter. Hoch! So. Digga, du fackst jetzt so richtig ab, Alter. Ah! Digga! Gib mir Kohl! Kohl, denn los! Oha, das muss ich dir. Gib deine Fresse. Gib mir meine Banane! Du hast doch schon eine. Was muss ich bei dir abschießen? Dieses, ähm, umkleidet Teil da. Hallo! Sag das, Digga. Bitte. Hier ist ein Loch. Ja, da musst du rein und den Fall aktivieren, wie bei dem anderen. Oh. Nur, dass es nicht mehr mit oben ist. Ja! Digga! Ich mach das selber, ne? Ich hab das selber gemacht. Das hab ich selber! Ja! 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 Wenn die Geräte von Männer kreieren, was ist die indulgente? Datl was? Was denn? Dir findet die Machen so im Gehschaden an. Halt's mal. Du kleiner Bastard, Alter. Digga, ich sterb schon wieder. Barad mich ja schon. Das sind ja auch Bots, Alter. Haha, hab ich nicht hingeschaut. Die Bastard. Theoretisch hätten wir die einfach durchlatschen können, ne? Oder? Ne, das geht gleich genau auf. Mann, ich bin ne fetter Sammel. Hä, wo ist hier das Loch? Wo muss ich durch? Oh, das Loch. Da ist ne Tür oben. Oh, nein, ich steck jetzt schon wieder in den Menü fest, Alter. Das kotzt mich an jetzt. Hihihi, hör ein Dinger. Durch welches Loch muss ich schießen? Lars, was muss ich hier im Rotenirne machen? Du musst, ähm, du musst auch durchs Loch fliegen. Durchs Gelbe und dann, dann irgendwas machen, ne? Wie durchs Gelbe? Durchs blaue Loch musst du fliegen. Ja, da musst du durch. Und da bin ich festgesteckt. Ah, nee, ich muss direkt die Reifen geben, glaube ich, oder? Nein. Ach, Dinger. Nein. Oh. Ich hab' falsch geworfen. Oh, ich... Ich bin 10, und du? Moin. Moin. Ich bin einfach zu. Wieso brauche ich diese Waffe? Weiß ich nicht. Musst du halt gucken, ne? Äh, ach, nee. Ich hab' verkackt. Ich brauch' die Waffe für gar nix. Ich hab' auch ne Waffe für... S-s-sinnlos. Nee. Ich hol' gleich mehrere. So weg sind, sind sie weg... Äh. Ich hab' auch noch... 4! Ich bin schon durch. Ja, ich nicht. Nee, doch nicht. Das ist nicht das Waffe. Äh. Nee, jetzt nicht. Dein Weg unten ist einfach. Falsch. Äh, das geht nicht, oder? Inverrückt. Das dreht nicht! Ach, so! Genau, ich muss das nicht aktivieren. Ausmachen. Hast du schon? Äh, ja. Ich hab's aktiviert, und jetzt? Oh mein Gott, das ist ein fucking Würfel. Hilfe! Sag mir, wann du da draufkommst. Was ist da? Du musst noch einmal drehen. Du musst noch drehen. So, jetzt. Bist du da drauf? Ja, ich bin schon auf deiner Seite. Wo muss ich hin? Drehen! Nee, warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Interagieren. Hast du. Ja. Und? Okay, ähm, ich komm da noch nicht durch, nein. Drehen. Reicht. Komm durch. Kissen. Jetzt noch mal drehen. Stopp. Nochmal. Uiuiui, muss man hier viel drehen, ey. Ich bin durch. Ja, hab ich's gemerkt, ne. Ach du Scheiße, was soll denn das denn jetzt? Ah, ich muss, glaube ich, rot, oder? Was müssen wir machen? Ich muss die Farbe schwarze nehmen. Ähm, nehmen wir die Farbe Lina bei dir. Habe ich? Versuch mal jetzt durchswarze nehmen. Ja. Au, Gott. Du musst, glaube ich, was anderes nehmen, oder so. Digga, was ist denn mit dem Bot hier los? Ah, Digga. Ja, aber hier sind ziemlich viele Bots, die mich attackieren. Ach, jetzt attackieren die ja auch noch von meiner Seite, Alter. Digga. Ich bin tot. Digga, hab ich, hab niemand ne Pammi. Ich hab auch nur ein scheiß Ding, Alter. In ne scheiß gedämpfte Pistole, Alter. Wow, wo bist du da? Digga, wieso macht der so viel Schaden? Boah. Ich glaube, du musst kurz warten, ne? Du bist doch durch. Was willst du denn? Digga, auf einmal, komm. Ey, der hat uns sogar auf mich beschossen. Von dir. Hab ich genau gesehen, ne? Stimmt doch gar nicht. Oh mein Gott, voll ins Wasser gefallen. Oh mein Gott. Muss dann durchs Wasser, Alter. Ich hab das hier jetzt erst gecheckt, ne? Man, du Wichser. Digga. Ich muss dir irgendwas zuwerfen. Hab ich noch von der vorherigen Runde. Oh, jetzt bin ich in der fucking Kiste, ups. Dann wirf mal zu mir, ne? Nein, ich bin... So, das... Warte, 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 warte. Ich hab ne Idee. Ich seh was, warte. Äh. Ich hab hier... Ich hab hier was... Ups. Irgendwie zu fett für den Scheiß. Da oben ist so ne Öffnung, ne? Da muss ich durch. Aber ich... Aber eh, das ist schwieriger als du denkst, ne? Äh. Wie nicht. So, ich muss dein Item rausfischen oder so. Warte. Ahnung. Man. Ja. Oh mein Gott, ich seh ne Kugel. Die muss ich bestimmt hier graben. Bei dir. Ich hab ne Kugel auch hier. Bei... Ich muss ja deine. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Oh, scheiße. Digga, du kleiner Bastard. Ich hab mich auch... Ich hab mich auch... Ja, jetzt pass ich auch hier durch. Mann, ich kann nicht interagieren. Ja, jetzt kann ich auch hier durch. Pff. 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 Ja, was soll das bringen? Hä? Ich bin nicht. Hast du irgendwas bei dir? Nee. Warte mal, ich hab versuch mal was. Oh, das ist weiter. Boah, ich hab... Da unten sind irgendwelche Stelzen und sowas, ne? Irgendwelche Stelzen. Hast du immer noch? Ja. Warte, vielleicht... Ich muss dich hochboosten. Guck mal nach oben. Also. Digga, voll klug, Alter. Ja, aber ich kann nicht in das Auto einsteigen. Ja, dann interagieren wir das Auto. Blau. Blau, kein Pick-up. Dieses andere Auto. Nein, nein, nein. Das andere. Keine Ahnung, Mama. Warte, wo bist du live? Ey, mein Auto ist gefahren. Ja? Es fährt weg. Und dann... Ich bin jetzt bei 18. Wir müssen irgendwo waffen sein. Aber wo? Nee, hier hinterkomme ich nicht. Ah! Aha, hab die Tür aufgemacht. Ich bin ein. Ah, jetzt sind die Bots auch weg. Nee, varte. Empty Water. Hey, du bist über mir. Hey. Ho, ho. Über mir. Moin. Äh. Nee, ich kann nicht in dem Wasser. Nee, ich kann nicht in dem Wasser gehen. Ich hab da noch Spaß gemacht. Ich glaub, ich brauch das Wasser. Auch um mir zu helfen. Ich glaub, ich brauch das Wasser. Hier, Empkissen. Oder hier... Hier, Empkissen. Oder hier, Böker. Ho. Ja, wo. Hab ich andere machen. Ich hab ihn so einfach. Ich hab ihn so nach. Na! Nach und so k Shawn. wie heißt du ey du musst glaube ich hier die wasserscheibe kaputt machen hier weil das ist angebrochen das doch vor mir genau lasst das wasser aus dann macht noch mal voll so lass es schon mal raus okay dagegen kann ich nicht laufen aber das habe ich kann ich gesehen da unten da guck mal deins ist offen meint ja da kann ich nicht lang ich brauche verbannt ich brauche einen verbannt ja easy alter wahrscheinlich easy digger ah ne skip level ne ja wo bist du da drauf auf so eine säule kannst du den hebel nochmal umlegen oh mein gott fast gestorben oh ich bin gestorben oh mach weiter du musst doch nicht zweit sein aus keine ahnung was soll ich steuern was zur hölle was die anderen jetzt haben wir und und hallo 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 jetzt die anderen wieder hoch wieder die anderen wieder die anderen wieder die anderen ich muss auch über diese dinge weiß ich nicht ist da ein schalter oder sowas oh 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 digga die fahren bis an die decke hoch und durch warte mal was ist wenn ich jetzt das deaktiviere doch die fahren runter so jetzt musst du jetzt musst du die anderen deaktivieren kann ich nicht mehr kann ich nicht das ist ein bug du oder so ah digga lass mich doch auch verarschen oder ich kann es immer noch nicht mehr direkt hin ah oh geht nicht mehr lass Komisch Hä? Warte mal, wenn ich das jetzt reagiere Hä, wie soll denn das? Ne Ey, mit Double Oh nein Was passiert? Ne, ich bin gestorben Nein Ich hasse dich Ey, du musstest irgendwie bewegen können Ne Mach jetzt irgendwas N arbe perhaps N回chen N num T despest end Ja Geh Ich bin Ja, ich doch auch nicht. Nee, ich hab das jetzt eingeschaltet. Digga, ich benutze Skip-Level, Alter. If Bucket. Ist mir egal. Ah, hier ist... Nee. Ich bin jetzt Level 23, und du? Scheiße. Ich komm nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr Level 23, und du bist auch jetzt. Ich muss hier auf eine Scheibe fließen. Ich auch. Ist irgendwas passiert bei dir? Nee. Bei dir. Vielleicht gleichzeitig? Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Digga, was sollen wir hier machen? Ah! Funktioniert hier nichts. Ey, wo ist dein... Wo ist dein Schild? Versuch mal das... Meins ist dort. Bei mir auch nicht. Aber schieß mal irgendwie da in die Ecke. Was geht denn? Nee, dann fällt sie nicht. Was geht denn? Oha ist das laut Werbung richtig nervig oder 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 ich bin ich bin ich bin ja ich bin ich ich bin буду ich bin ich ich bin ja ich bin ich bin ich ich flutsch schon wieder da von dem Karton runter der jüngste mir ist doch egal wie lange du posten mir hat auch schon oft jetzt bin ich gleich wieder bei den grünen farm ja gut einmal langsam über den stacheldraht das war überhaupt überhaupt nicht wie getan muss ich jetzt muss ich hin ich bin 100 meter hoch 100 meter hoch warum schaffe ich das nicht bin das erste mal über 200 meter erst mal fett weggerutscht jetzt geht beginnt der urwald einer daumen spenden nein ich bin komplett runtergerutschen ich bin gute 100 meter runde gerutscht ja ich gehe gleich offline ja ist okay also ich bin vielleicht jetzt später wenn ihr dann noch spielt und mit euch kommt ja kann es mehr er kann wir haben ja mal deinen roblox namen schicken dann ehrlich dich und dann mal sehen ich war fast bei dir bei dem letzten holzsprung bin ich runtergefallen ich war komplett nach unten ich habe jetzt schon keinen bock mehr ja 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 tschüss meine friends beziehungsweise die leute die norm live sind oder dabei waren ich hoffe da hat euch ein bisschen gefallen und bis zum nächsten mal